Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen How-To von Phil Füller. Heute zeige ich euch, wie man hier so einen Tintenleiter im Twispy Eco wechselt. Ja, hier habe ich zwei Twispy Ecos. Hier habe ich zum Beispiel den schwarzen Twispy Eco. Da habe ich die Feder ausgetauscht. Und zwar habe ich mir bei Pant Paradise eine neue Feder für den Twispy bestellt. Und das gibt es nicht direkt von Twispy. Das hier ist dann eine Online-Feder. Also wer zum Beispiel meinen Instagram-Account abonniert hat, der hat gesehen, wie ich die getauscht habe. Das ist jetzt hier eine Stub-Feder von Online. Wie gesagt, die kann man bei Pant Paradise kaufen. Hier habe ich die Original-Twispy-Feder. Aber wie gesagt, die kann man nicht nachkaufen. So, jetzt kommen wir hier. Warum will ich hier den Tintenleiter oder beziehungsweise das Tintenleiter-Modul hier wechseln? Und zwar wollte ich diesen Füller mit einer Probetinte befüllen. Da ist mir Folgendes passiert. Ich habe die Fin hier draußen verbogen. Das sieht jetzt natürlich doof aus. Also der ist jetzt zwar noch voll intakt. Hier sieht man auch, dass es eine Twispy-Feder ist. Das steht noch drauf. Der Füll-Federhalter ist jetzt noch voll intakt. Ich kann auch mit schreiben. Weil die Twispy-Feder, also hier die Lamellen, die hier abgebrochen sind, die hier draußen sind, die sind eigentlich gar nicht so wild. Also gar nicht wirklich dafür erforderlich, damit er schreibt. Das Ganze funktioniert nämlich so. Hier oben drin habe ich den Tintenleiter, wo die Tinte rauskommt. Und dann würde hier im Tank ein Unterdruck entstehen. Und deswegen gibt es dann hier mit den Lamellen, die lassen dann hier Luft unten hinein. Dann ist hier eine Ausgleichskammer, wo dann quasi die Luft reinkommt. Das funktioniert jetzt so, wie ihr seht. Hier unten kann dann die Luft rein. Und die Lamellen verteilen das dann ein bisschen. Beziehungsweise sind dann wahrscheinlich auch die Ausgleichskammer mit. Oder wirken zumindest dahin. Und machen dann den Druckausgleich. Wie gesagt, bei dem Twispy hier sieht das doof aus. Man kann aber noch wunderbar mit schreiben. Es funktioniert. Aber deswegen möchte ich jetzt hier den Feed oder den Tintenleiter wechseln. Ja, einen Tintenleiter von Twispy kann man jetzt nicht einfach so kaufen. Daher habe ich mich dann an Twispy gewandt und habe gefragt, ob sie mir einen Tintenleiter, also so ein Feed noch verkaufen. Und dann haben sie gesagt, klar, machen wir. Also man muss sagen, Twispy ist eine sehr, sehr kundenfreundliche Firma. Also die waren echt kulant, haben gesagt, natürlich schicken wir dir einen Tintenleiter zu. Das können wir gerne machen. Du musst lediglich das Porto bezahlen. Das waren 8 US Dollar 33. Und dann gab es hier dieses Päckchen aus Taiwan. Da sitzt nämlich die Firma. Ja, hier haben wir das Päckchen von Twispy, wie es da gekommen ist. Hat auch gar nicht lange gedauert. Ich habe das angefordert. Also per Paypal konnte man das Geld dann an Twispy versenden. Und hier steht auch 8 Dollar 33 hat es gekostet, der Wert. Und ja, wie gesagt, es hat nicht mal zwei Wochen gedauert, dann war es schon hier. Ist ziemlich zügig. Ich kenne eigentlich nur noch als Hersteller, die so kulant sind und die Teile einem schicken. Wer zum Beispiel, Kaweco hat mir mal ein Mundstück geschickt. Und ja, bei Pelikan konnte ich die Feder von dem Souverän auch mehrmals austauschen, bis sie mir gefallen hat. Also von denen ist es sehr kulant. So, das ist der Feed, den ich zugeschickt bekommen habe. Der hat erstmal hier noch alle Fin. Und hier oben sieht man, wie die Tinte hier durch den Schlitz nach draußen geht. Und hier sieht man, wie das Ganze funktioniert mit der Luftkammer. Die Tinte, also die Luft wird dann hier durchgezogen. Und wird dann hier, dehnt er sich dann aus und hat dann hier so eine kleinen Lamellen als Reservoir. Dehnt sich dann aus und bildet dann den Ausgleich, also die Ausgleichskammer für die Luft. Also man sieht, dass die Fin hier vorne eigentlich überhaupt kein, ja die haben eigentlich überhaupt gar keine Relevanz. Also das ist ein Bauteil, hätte man auch weglassen können. Aber hat bestimmt jemand mal eingeführt und deswegen hat man die. Und normalerweise kann man hier den Feed, den Tintenleiter einfach so rausziehen. Bei ganz vielen Füllern funktioniert das einwandfrei. Twisby schreibt, dass das nicht ohne ist. Und im Internet habe ich dann, nachdem ich mich hier an dem Twisby Eco versucht habe, auch gelesen, dass das bei Twisby wohl ein bisschen, naja sagen wir mal, haarig ist. Weil die Fin hier vorne doch sehr fragil sind und schnell abbrechen. Ich muss sagen, die Leute im Internet hatten recht. Also es ist doch ein bisschen ungünstig, also es ist schwierig. Also man muss arg aufpassen, wenn man den jetzt herauszieht und wieder hereinsteckt zum Anbauen, dass man die Fin hier nicht verbiegt. Ich probiere das gleich nochmal und exakt so, wie ich das mache, wie ich jetzt den hier wechsle, baut jetzt auch hier die Feder ein. Also es ist ganz wichtig, wenn er den zusammenbaut, dass hier ist die Original, was ist das? Das ist eine F-Feder. Ihr müsst die jetzt hier draufstecken. Also hier seht ihr, dass hier so eine Aussparung sind. Und hier hinten könnt ihr die auch dran schieben. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel ein Jin Hao habt. Da gibt es meistens, ich glaube es war Jin Hao, da gibt es hier hinten den Stopper nicht. Also dass jetzt hier die Feder hinten gestoppt wird, dass da so eine Kante ist, das gibt es da nicht. Und hier an der Seite, wie der jetzt hier drauf liegt, gibt es auch nicht. Aber hier ist eigentlich recht praktisch. Man kann hier drauflegen und dann sitzt sie da auch fest drin. Also die Feder, die darf jetzt nicht hier hinten überstehen, also dass es über die Kante kommt. Dann gibt es einen Knacks hier im Gehäuse, im Plastikgehäuse drin hier vorne. Da bricht das dann und es darf auch nicht hier überstehen. Dann wird es hier auch brechen. Also dass es irgendwie so ist, ein bisschen verschoben, das funktioniert auch nicht. Ja und wie mache ich das, also beziehungsweise wie habe ich den Ico jetzt hier kaputt gemacht? Das Ganze habe ich so gemacht. Ich habe den jetzt hier mit bloßen Händen angefasst und habe versucht, den dann rauszuziehen. Und der sitzt, also die Feder sitzt hier sehr, sehr stramm mit dem Tintenleiter hier drinnen. Also man bekommt sehr schwer den Tintenleiter, den Feed hier raus und die Feder auch. Dann habe ich wahrscheinlich dann, normalerweise greift man hier von der Seite und kann den dann mit ein bisschen Druck hier an der Seite rausziehen. Aber wahrscheinlich, weil ich rutschige Finger hatte, beziehungsweise das ist hier schon ein bisschen rutschig, bin ich dann hier mit meinem Daumen oder hier mit meinem Zeigefinger dran gekommen und habe dann hier auch an den Lamellen gegriffen und habe dann so das Ganze herausgezogen. So habe ich die dann kaputt gemacht. Im Normalfall passierte auch nicht so viel. Also, dass da jetzt was nachgibt, das war, ja, war halt ungünstig, weil die Finger glatt waren, also rutschig. Bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel Genao, da passiert jetzt im Prinzip nichts. Das hat bis jetzt immer so geklappt. Oder bei Kaweco in den Classic, ja, Classic, Sport Classics, da kann ich die Feder auch einfach so rausziehen mit dem Tintenleiter. Da passiert auch nichts. Sie sind sehr robust, aber hier, wie im Internet schon beschrieben, ist sehr fragil. Deswegen werde ich heute die beiden benutzen. Das sind Handschuhe, also so Gummihandschuhe, Latexhandschuhe. Damit hat man nämlich einen super Grip und wie gesagt, ich fasse dann hier die Feder einfach an und hier zur Seite und werde die dann so herausziehen. Und halt dann auch so wieder reinstecken, wie gesagt, sodass die Teile hier schön übereinander liegen. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze klappt. Legen wir los. So, hier habe ich den Feed, der mitgeliefert worden ist. Den Kaweco, Quatsch, den Twisby Eco aus Taiwan. Hier noch eine Feder, die ich hier ausgebaut habe mit der Online-Feder von PenParadise. Also der schreibt jetzt übrigens ganz wunderbar mit der Online-Feder sogar besser. Hier habe ich auch so eine Stub-Feder drin. Die Original-Stub-Feder von Twisby, die schreibt ein bisschen scharfkantiger als die Online hier. Also die Online, die schreibt, finde ich, besser als die Original-Twisby. Also wird es sich sogar mal lohnen, wenn ihr jetzt ein Twisby habt und ihr möchtet, eine andere Stub-Stärke haben, beziehungsweise von Online kriegt ihr bei PenParadise. Verlinke ich euch unten einfach in die Kommentare den Shop. Da könnt ihr einfach die Online-Feder kaufen. Da könnt ihr auch FMB haben, die bestimmt auch. Könnt ihr da einfach kaufen. So, jetzt ziehen wir uns mal die guten Labor-Handschuhe an. Haha, Füller-Labor. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich mir gleich die Hände nicht dreckig mache. Denn ich habe mir jetzt mal so gedacht, wenn der Twisby Eco jetzt noch ein bisschen Tinte drin hat, dann ist das ein bisschen gleitfreudiger. So die Theorie. Schauen wir gleich mal, ob es funktioniert. Muss auch gekonnt sein hier. Handschuhe anziehen. Naja. So. Kap ab. Also wie gesagt, mit der Feder könntet ihr das machen. Brauchen wir jetzt aber nicht. So, hier ist den Feed. Los geht's. Ich fasse jetzt hier links und rechts die Feder an. Und ziehen. Oh ja, das geht jetzt richtig schön gegen das. So. Die will ich wieder haben. Hier sieht man auch, dass es derselbe Feed ist. Na gut, hier der Kunststoff ist ein bisschen blass. Also hier, der Original Kunststoff ist richtig schön schwarz. Und der ist jetzt hier ein bisschen blasser. Der Tintenkanal, der oben drauf ist, sieht aus, als ob der gleich ist. Und hier sind halt noch die schönen Fin dran. So, hier habe ich dann noch meine Stubfeder. Was habe ich da überhaupt? Da habe ich eine 1.1 Stubfeder. Die schreibt nicht schlecht, aber wie gesagt schon. Die von Online, die Feder, hat besser geschrieben. So, hier bei dem, ähm, hier seht ihr ja, seht ihr das? Ähm, es ist hier bei dem Trispy Eco völlig egal. Ähm, hier hat man ja hinten, äh, keine Rundung dran, sondern hier unten ist normal so eckig. Und es gibt, ähm, Füllfederhalter. Da ist das wichtig, wenn er den Feed wieder reinschiebt, ähm, dass er dann hier, da ist dann so eine Aussparung. Also es ist dann nicht kreisrund, sondern hinten so eine Aussparung, dass das hier wirklich getroffen wird, sonst könnt ihr den nicht zusammenbauen. Aber hier bei dem Eco, da ist hier vorne in dem Stück, wenn er hier hinten reinguckt, ist da überhaupt nichts. Da könnt ihr den einfach schön vorsichtig nach hinten schieben. Hauptsache hier der Dorn, wo der Tintenleiter reingeht, der steckt hinten drin. Also wie gesagt, ihr müsst richtig schön, ähm, die Feder justieren. Das geht hier ganz gut, indem ihr hier die Begrenzung links, rechts und, äh, hier hinten habt. So. Gucken, dass es recht drauf sitzt. Jetzt fasse ich hier vorne so ein bisschen an. Oh, ist er jetzt drin? Ja, jetzt seht ihr, ähm, oder? Doch, ja. Ähm, man sieht hier, ja, ist ja auch witzig. Der, ähm, geht jetzt nicht bis hinten rein, sondern, ähm, hier in dem, ähm, transparenten seht ihr, seht ihr das so ein bisschen leicht, dass hier hinten die, ähm, ähm, die Kammer, wo ihr vorne das drin steckt, dass die hier vorne endet, also quasi da. Muss man aber auch erstmal, da muss man richtig hinten gucken. Und hier der Dorn, der geht hier hinten rein, hinter die Abdichtung, wo dann die Tinte reinlaufen kann. So, jetzt habe ich hier alles schön eingesaut. Also, ich gucke nochmal hier. Bei dem schwarzen ist es auch exakt so. Ja, das geht ja dann auch. Die Kammer ist dann, halt, man sieht es nicht so richtig, weil es halt transparent ist, geht dann bis dahin. So, das war's auch schon. Also, er ist nicht gesprungen, wenn man den jetzt hier vorne falsch zusammenbauen würde, also, sodass die Tinten, also, dass die Feder jetzt hier so schräg auf dem, ähm, Fieder, ähm, oder Fieder aufliegt, ähm, auf dem Tintenleiter, ähm, Modul, dann, ähm, würde dann hier der Kunststoff brechen. Das passiert wohl ziemlich oft, wenn man das nicht, ähm, richtig zusammenbaut bei Twispy, weil der Kunststoff da dann unter Spannung steht. So. Jetzt lasst ihr es hier nochmal, den Rest ein bisschen reinlaufen. Und, ähm, ja, das packe ich mir mal weg. Wer weiß, äh, für was ich das nochmal brauche. So. Schreibt wunderbar, wie vorher. Sieht jetzt auch wieder schicker aus, dass die, ähm, Feder jetzt hier, also hier die, der, die Lamellen wieder da sind, sieht viel, viel besser aus als vorher. Also, er hat, wie gesagt, noch geschrieben, aber es sah halt doof aus und ich wollte das nicht, dass es weiter so, ähm, ja, so aussieht. Das optisch wieder ein bisschen schön ist. Und jetzt schreibt er wieder, ist wie neu. Für 8, äh, Dollar und 33, was haben die? Cent? US-Dollar. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ähm, das war jetzt hilfreich für euch. Ähm, falls ihr auch jetzt mal euren Twispy-Eco, ähm, hier vorne kaputt macht, wisst ihr jetzt, wo ihr einen neuen Feed herkriegt. Einfach Twispy anschreiben per E-Mail. Und, ähm, ja, wenn ihr die Feder mal wechseln wollt, ähm, kriegt ihr, wie gesagt, jetzt hier die Feder von Online bei Pen Paradise. Und so, wie ich jetzt hier quasi, äh, den neuen, äh, Feed-Tintenleiter eingebaut habt, könnt ihr dann quasi auch, ähm, die Feder einfach auswechseln, dann wieder zusammenbauen. Das funktioniert exakt so. Dann müsst ihr halt die Feder nur noch leicht nachbearbeiten, dass der Tintenfluss stimmt. Und dann schreibt hier, wie gesagt, hier ist jetzt die Online-Feder drinne. Die schreibt einfach klasse, also richtig gut. Finde ich besser als hier die Originale von Twispy. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.